Die Jungfreundinnen Giesings Mit Benedikt und Claudia Der Stadtteil Giesing, der heute ein vielfältiges, von Kunst und Kultur geprägtes Stadtbild bietet, war vor gut 100 Jahren noch Schlachtfeld zwischen der Roten Armee und dem Freikorps. Die Themenfrage, ob das Viertel als Hochburg der Arbeiterbewegung zu betrachten ist, wird in diesem Podcast geklärt. Um herauszufinden, was damals geschah, muss erst einmal auf die Vorgeschichte eingegangen werden. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Diese Unzufriedenheit erzeugte Aufstände, aus denen sich später die Räterepublik herauskristallisierte. Was ist denn so eine Räterepublik für eine politische Struktur gewesen? Die Räterepublik ist ein politisches System, welches mithilfe der direkten Demokratie über sogenannte Räte gewählt wird. Es gibt keine Parteien- oder Gewaltenteilung. Das heißt, jeder Betrieb und jeder Bezirk wählt mehrere Personen aus seinen Reihen in einen Rat, der wiederum seine Gesandten in die nächste höhere Ebene schickt. Ganz oben ist dann der Zentralrat, er ist Gesetzgeber, Regierung und Gericht in einem. Kurt Eisner, jüdischer Schriftsteller und Politiker, war der erste bayerische Ministerpräsident, der am 8. November 1918 den Freistaat Bayern ausrief. Seine Ziele waren das sofortige Kriegsende, die Abdankung vom Kaiser und die Demokratisierung, was er mithilfe der Rätere Demokratie erreichen wollte. Doch der Ministerpräsident kämpfte mit vielen Niederlagen und nach schwachen Ergebnissen der Landtagswahl zwang dies ihn zum Rücktritt. Doch bevor er das tun konnte, wurde er am 21. Februar 1919 ermordet. Es herrschten mehrere Regierungsformen in München, die Parlamentarische Demokratie und Sozialistische Räterepublik. Hinzu kam die vermehrte Bildung von Soldaten- und Bauernräten in Giesing, wo die Arbeiterbewegung stark war. Doch diese dauerte nicht lange an, da ein neuer Ministerpräsident, Johannes Hoffmann, von der SPD am 17. März 1919 gewählt wurde. Doch dieser hatte nicht mehr genügend Macht, da die Grabenkämpfe zwischen der linken radikalen Szene der SPD und der USPD und der KPD immer mehr auseinanderklafften. Am 7. April 1919 wurde die Erste Räterepublik durch ihren Zentralrat ausgerufen. Die Erste Räterepublik wurde von den Kommunisten als Scheinrepublik bezeichnet. Wer waren denn jetzt die politischen Entscheidungsträger in dieser Ersten Räterepublik? Intellektuelle übernehmen Schlüsselpositionen, wie Gustav Landauer, Erich Müsam oder Ernst Toller. Deshalb wurde sie auch Literatenrepublik bezeichnet. Aufgrund geringer Machtmittel erwiesen sich viele der Vorhaben als nicht umsetzbar, wie zum Beispiel die Pläne zur Umgestaltung der Bürokratie oder die Aufstellung einer Roten Armee. München wurde eine neue Republik aufgebaut auf Räten, die von der USPD und Mitgliedern der KPD, also Anarchisten und Pazifisten, dominiert wurde. Doch ohne die Kommunisten war diese zum Scheitern verurteilt und somit wurde sie von den Kommunisten übernommen. Was geschah denn dann nach der Machtübernahme durch die Kommunisten? Am 13. April 1919 wurde die Zweite Räterepublik ausgerufen. An der Führung sind jetzt Eugen Levine, Max Levien und Willi Budich, um aus der Scheinrepublik eine richtige Republik zu gestalten. Sogenannte revolutionäre Aktionen fanden statt, wie zum Beispiel Entwaffnungen, Plünderungen, Aktenvernichtungen von der Polizei und Hilfspolizeieinheiten. Dies geschah vor allem aus Selbstschutz, Not und Aufbau der Roten Armee. Was machte eigentlich Johannes Hoffmann, der eigentliche Ministerpräsident von Bayern zu dieser Zeit? Hoffmann, der nach der Ausrufung der Ersten Räterepublik mit seiner Regierung nach Bamberg ging, beobachtete die Situation und holte sich jetzt Hilfe aus Berlin. Und so wurden fünf Freikorps-Truppen, nationalistische Söldner und Truppen der Reichswehr, um München stationiert, um die Stadt zurückzuerobern. Am 25. April wurde das Standrecht über München verhängt. Bis zum 30. April sollte die Stadt eingeschlossen werden und am 3. und 4. Mai sollte die Stadt besetzt werden. Giesing kamen mehrere Sonderrollen zu. Der Stadtteil war das ärmste Viertel mit dem größten Arbeiteranteil. Zudem wurde Giesing abgeschlossen, um die spätere Säuberung durch die Freikorps zu ermöglichen. Diese gewaltsame Säuberung wurde auch als weißer Terror bezeichnet. Ein entscheidendes Ereignis war der Mord am Luipold-Gymnasium. Am Luipold-Gymnasium wurden gefangene Mitglieder der rechtsradikalen Thule-Gemeinschaft durch abtrünnige Rotgardisten ermordet. Dieser Geißelmord wurde später als roter Terror von den Freikorps bezeichnet und veranlasste sie zu einer verfrühten Besetzung Münchens. Und so begann am 2. Mai 1919 die Schlacht um Giesing. Um die Lage wieder zu spiegeln, lese ich einen Augenzeugenbericht vor. Die Straßen sind wie ausgestorben. In einigen Häusern sind die Fenster offen. Da kracht es. Im Garten werden 5 Harleichinger Spaterkisten erschossen, die mit der Waffe in der Hand gefangen waren. Gleich darauf bringt man 3 Russen. Man hat sie ebenfalls mit Gewehren erwischt. Als sie um die Ecke geführt werden, sehen sie plötzlich die Erschossenen. Während sie wilde tierische Schreie ausstoßen, werden sie an die Wand gestellt. Eine Kugel macht ihrer unbeherrschten Angst ein Ende. Ich finde diesen Augenzeugenbericht wirklich unglaublich bedrückend, weil er ja ganz nüchtern die furchtbaren Verbrechen beschreibt, die hier von Angehörigen der Freikorps begangen worden sind. Hier sind ja Menschen hingerichtet worden, ohne die Möglichkeit auf einen Prozess. Hier wird absolut gar kein Kompromiss gemacht. Menschen werden einfach umgebracht. Und diese Situation ist ja schon eine Art von dunkler Vorahnung für die Jahre, die darauf folgen sollten, wenn man bedenkt, dass ja auch der Nationalsozialismus nicht mehr historisch gesehen weit entfernt ist von dieser Periode. Dem kann ich nur zustimmen. Und in Giesing stieß man auf Widerstand. Einen ganzen Tag dauert die Eroberung Münchens. Die Säuberung begann in Giesing. Systematisch ging man vor, um nichts und niemanden zu vergessen. Unschuldige Opfer wurden willkürlich ermordet. Qualvoll und sadistisch ging man bei Frauen und Männer vor. Man zielte auf Geschlechtsteile, schoss auf den Unterleib und Bauch. Frauenleichen wurden schnell entfernt, um das Bild der sogenannten Befreiungshelden nicht zu zerstören. Erst als Sympathisanten der sogenannten Befreiungshelden umgebracht wurden, sprachen selbst die konservativen Zeitungen von Mord und verlangten die schlimmstmöglichste Bestrafung. Doch die Mörder kamen ungestraft davon. Insgesamt kostete die Schlacht 233 Kämpfer der Roten Armee, 355 Zivilisten und 38 Freikorpsmitglieder das Leben. Doch die Dunkelziffer bleibt verborgen. Was geschah denn nach der Besetzung Münchens durch die Freikorps? Die SPD schnitt erstmals schlechter ab. Für die Gefallenen der Schlacht wurde ein Denkmal errichtet. Dieses Denkmal wurde später vom Giesinger Nazirat durch die Statue eines nackten Freikorpssoldaten, der der Schlange der Revolution den Kopf zerdrückt, ersetzt. Doch dieses Symbol war den GiesingerInnen gleichgültig und sie nannten ihn Nackertenlackel. Um auf meine Themenfrage vom Anfang zurückzukommen, kann man sehr wohl sagen, dass Giesing durchaus als Hochburg der Arbeiterbewegung während der Schlacht von 1919 zu bezeichnen ist. Dass sich hier eine so starke rote Gegenwehr mit revolutionärem Charakter entwickeln konnte, lag vor allem an der großen Zahl der Arbeiter, die in diesem Viertel wohnten. Sie machte dadurch den größten Anteil der dortigen Bevölkerung aus. Damit verbunden war natürlich das immerwährende Problem der Armut. Auch wenn man sich durch die Räterepubliken eine Verbesserung der Lage erhoffte, scheiterte die Revolution an der militärischen Übermacht der Freikorps. Das war die Räterepubliken eine Verbesserung der Räterepubliken eine Verbesserung der Räterepubliken.